YouTube, hallo Richie, wir kriegen Besuch. Hallo Welt, hallo Sarah. Ich bin tot. Ich töte ihn. Mit einem Kopfschuss und der lebt immer noch. Ja, die sind ein bisschen schwer, die Zombies. Ach, beim Bett soll ich erscheinen? Das ist ja total weit weg, oder? Äh, nee, so weit eigentlich nicht. Oh, ich krieg hier jetzt aber richtig Besuch. Nanu? Wo war denn unser Bett? Haben wir ein Bett irgendwo aufgestellt? Ich glaub ja, unterwegs, oder nicht? Aha. Ja, liebe Welt, der Richie ist tot und ich häng hier alleine rum. Aber ich bewache seine Tasche, solange. Okay, ich beeile mich, ich bin nur... 1,6 Kilometer. Ja? Ja. Ja, das hat's nicht gebracht. Ich bring ein Ei mit. Okay. Waren wir doch nicht in der Wüste? Ja, aber wir sind dann... Ach, noch ein Kollege kommt. Warum suche ich die ganze Zeit nach Schrauben? Wir brauchen doch hier keine Schrauben. Das war doch woanders, oder? Bleib liegen. Ja, da kann man mal so... Da kann man mal sehen, wie weit das ist, wenn man hier so in der Wüste ist. Mist, da waren Häschen. Oh, wir sind aber viele unterwegs. Bleib fern. Oh, du auch noch. Du hast doch schon einen Pfeil im Kopf. Schlange! Auch das noch. Ich erinnere mich immer noch nicht. Nee. Nein. Ich weiß nicht, wo wir unser Bett hingelegt haben. Sollen wir ein neues Bett hinlegen, da wo wir sind? Ja. Dann sammle ich ein paar Pflanzenfasern unterwegs. Mach das. Geier! Ja, wir waren in der Wüste und dann haben wir uns aber hierher auf den Weg gemacht. Ich hab' mir auch ein bisschen Pflanzenfaser. Steine. Bis der Ritschi kommt. Ja, warum dauert das eigentlich so lange, bis ich da bin? Ein Kilometer ist doch nicht so weit, da würde ich, da kann man doch eigentlich, soweit sieht man doch eigentlich schon, oder? Hm. Gute Frage, nächste Frage. Also irgendwie ist das mehr als ein Kilometer, meine ich, vorsichtig. Oder wir sind sehr klein. Ja. Das kann natürlich auch sein. Irgendwie steige ich durchs Sprengen überhaupt nicht auf. Ah, das wurde geändert. Ja, ich hab' da so einige Tipps in den Kommentaren. Äh, auch zu den Skills und wie das so alles funktioniert und man bekommt also, solange man den Sensemann da unten hat, bekommt man wohl einen Skill-Abzug. Also dann sind auch die Skills nicht mehr so hoch, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ansel Adams River bin ich jetzt, oh Mamma mia. 400 Meter noch, das stimmt aber doch irgendwas nicht, ich muss doch da rüber. Ich bleib' mal am Fluss, ich glaub' die Stadt liegt auch an einem Fluss. Ich lauf' jetzt einfach mal hier entlang. Mal sehen, jetzt ist es gerade ruhig, ich baue schon mal ein Bett, wenn ich kann. Oh, hoppla. Bett bauen, neue Rezepte, da ist doch ein Schlafsack. Okay, fertigen. Kannst du auch schon einen Schlafsack fertigen? Ähm, ich guck mal. Inventar. Inventar. Äh, Gebäude. Nein. Habe ich keinen, nein, ich hab keinen. Wo finde ich den nochmal? Bei den Rezepten, warum wird mir jetzt so kalt? Bei den Rezepten, wenn du, wenn du auf die Pflanzenfaser klickst und dann die Rezepte, aber du hast ja einen Controller, dann, also wenn du die auswählst, die Pflanzenfaser und dann die Rezepte anzeigen lässt für die Pflanzenfaser. Warte ich, ja, ein Häschen. Na, viel Erfolg bei der Hasenjagd. Was man treffen würde. Jetzt habe ich es getroffen. Okay. Ein Häschen. Also. Ja. Ich guck nochmal in den Inventar. Ich habe nur 18 Pflanzenfaser. Zwei brauchst du noch, 20 braucht man, glaube ich. Ah, okay. Vielleicht deswegen. Gleiche Situation wie vorhin. Ich habe wieder Hunger. Nur diesmal habe ich, nein, nicht gleiche Situation, diesmal habe ich nichts dabei. So, ich bin gleich da. Ich merks. Glasbalk? Nein, ich... Da. Schlafsack. Einmal anfetigen, bitte. Also ich hätte Fleisch, wir könnten uns hier ein Lagerfeuer aufbauen, wenn du gerne möchtest. Ah, da bist du ja. Ja, ein Lager... Komm, wohl erst mal deine Sachen. Ein Lagerfeuer. Ich schlage vor... Oh, hier ist ja alles leer. Ich schlage vor, dass wir dann irgendwie oben aufs Dach klettern oder so. Ja, das worauf Dach gehen. Also ich habe... Neun Fleisch. Hier geht es nach unten. Oh, ich will alles haben. Ich habe kein Geld. SoL就 plaint. Hm, wszystkich. Ich bin. Ich bin, ich bin Laden. Ich bin, ich bin kein File. chorus, schön scalesiffl вещи. Ich bin klappet. Anderen. Immer tue ich bin, ich bin bereit. ikel für das doen. ja ab und zu ist das ein bisschen so 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 glich also ich denke mal wirklich dass das gut zusammenhängt wo kommen wir jetzt hoch mit sie es geht nur nach unten eigentlich auch komisch ja vielleicht von außen oder die sind versperrt vielleicht ich denke auch vielleicht sind hier versperrt aber ich höre auch was ich hier die sofas da ist leder drin und stoff wir brauchen 20 leder glaube ich war ein poncho und wo bist du ja hier das kaputt machen ach so moment mal wie war es denn noch mit ansehen reparieren hier kommt man rauf ok wo sollen wir eine kiste stellen wir nach draußen ja draußen so eine kiste lagerkiste auch jetzt habe ich jetzt habe ich das blöde ding abgebaut sorry ich will das gerne moment das brauchen wir vielleicht das auch hier geht es nach oben eine sporttasche habe ich gefühlt in der zuckerstange lecker wo bist du ich bin draußen ich bin gerade die kiste an für unser zeugs jetzt wird mir aber warm es ist zurück was bist du nach oben gegangen ja ja ich schleich mich oben schon rum ach die haben versucht das hier zuzumauern sogar hast du hier oben irgendeinen gesehen nein aber ich höre was bist du jetzt hier oben ich bin oben und schon wieder am sofa nach echt jetzt habe ich das leder unten gelassen naja egal da ist es sicher inventar das inventar ist voll und ich habe keine steine schlau gemacht hast du steine zufällig ja ein paar habe ich wie war das noch inventar ich habe 14 stück nur ich brauche was um die axt zu reparieren 23 so wie viel alles neben hälfte nehmen danke die taschenlampe die wir nicht mitnehmen können wie gemein du man könnte eventuell hier drauf ja da ist so langsam zeit wird wenn wir den part das und wir sollten ja so eine übernachtungsmöglichkeit hier finden irgendwo ja ich bin bist du hier raus ich bin raus ja ja gleich hier äh entschuldigung ja vielleicht fürs erste was ist denn da oben oh hier oben ist gut oh schön ja wenn es regnet haben wir auch gleich so ein dach die haben das hier schon verstärkt mit also sind das metallstacheln schon oder die sehen ein bisschen anders aus hier meine ich ok sollen wir dann hier einen schlafsack legen bevor du alles hier kaputt jetzt machst ja so hier schön drunter oder es wird ja ganz schön dunkel in der nacht und dann bräuchten wir auch noch ein lagerfeuer aber ich glaube das kann ich jetzt nicht mehr machen weil 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 ich muss mal gucken lagerfeuer fehlen steine acht stück ich habe die steine genommen oder müssen wir hier oben irgendwas abbauen äh hier da das kreuz dann weiß aber keiner mehr dass ein krankenhaus hier ist meinst du das interessiert noch jemanden sind wenig da und kommen steine raus ja aber wenig ich er ist meine achse gleich kaputt hier ist gut ach das ist doch gut der kleine stein und ich bin überladen überladen da haben wir doch was kann ich jetzt oder äh mir fehlen fünf steine habe ich hast du ja komm mal hoch sofort so wollen wir das feuer in der nächsten folge bauen ja wenn du hochkommst kommen wir uns dann verabschieden ja ja liebe welt da draußen wir bedanken uns für euer zusehen ich muss ein bisschen in den schatten gehen sonst kriege ich einen hitschlag wir bedanken ich auch mal die mütze absetzen habe ich immer noch eine mütze auf ja nikolaus oh weihnachten ist vorbei ja ja vielen dank fürs zusehen daumen hoch kommentartipps und tricks immer würden wir uns sehr drüber freuen ja dann sehen wir uns im nächsten part wieder bis dahin tschüss das dann doch das das du 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 Untertitelung des ZDF, 2020